D-D-D-D-Defines. Jo. Da muss er schon ausgeleiert sein, ne? Sagste? Jo. Geht er schon echt durch, kann man sagen. Erst du. Ah, geht down, man. Oh, lass mich in Ruhe mit eurem Elektro. Es geht ab und wir kommen drauf nicht, klar. Nein. Das kannst du so jetzt nicht sagen, Herr Regalmaster. Oh, da Regli. Regli. Und Regli. Regli auf Dope. Regli auf Dope. Eh, was? Ja. So, du gehst voll ab, ey. Nein. Du nimmst immer... Oh, Pussy Deluxe. Genau. Nein, ich fühl mich nur toll. Muss ich auch. Alter, wow. Nein. Alter. Oh, heftig. Er hat mich elektrisiert, dieses Biest. Hau mal weg, die Viecher, Alter. Was geht ab? Boah, Alter. Ah, Mann. Ich fliege gerade voll auf die Fresse. Weil es hier gerade voll abdreht. Nee. Real Life ist doch langweilig. Noch was für Spießer. Außer das. Boah, Alter. Was geht hier ab, ey? Nee, sagst du? Boah. Boah. Oh, du bist ja pervers. Mann, er ist erschüttert. Geil, Alter. 4.500 bekommen. Alter. Geile Sache, ey. Platz 9. Wrigley ist auf Platz 5. Hat er jetzt einmal schön Experience bekommen? Ja, Muni ist voll. Deine Muni ist voll, Herr Riege Master. Was? Erstmal die Mission machen. Jihau. Ja. Ja. Stirbt. Ha, 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 ja, Alter. Ba, 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 ba. Los, alle, Leute, alle drauf da. So muss das sein. Das war unglaublich. Weiter so. Weiter so, das war unglaublich. Äh, ich bin jetzt, äh, versuche jetzt zu dieser eine Mission hochzugehen, da. Die Mission heißt, ähm, Feineinstellung. Da hinten geht es hoch. Da hinten. Jihau. Ja, mal gucken, was die Mission da, äh, ja, auf einen bereit hält. Da bin ich mal gespannt, du. Mal schauen, da. Ja. Okay. Äh, finde den östlichen Funkturm und finde den Delta-Ost. Ich hab mal stehen, Alter. Bewegt dich mal nicht so zimperlich. Aka-Akiatobi, Alter. Was geht da ab? Aka-Aka. Was für eine Scheiße hier. Ja. Ah, okay. 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 Blö, Mutant, nirga. Äh, ja. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Aachenjäger wie wir müssen niemandem gegenüber loyal sein. Besonders nicht gegenüber Onkel E-Rat. Ich bin nicht gerade begeistert, dass die Mutanten ausgebildete Soldaten sind. Könnten sie nicht einfach Bauern oder etwas ähnliches harmlos sein? Autsch. Ja? Ja. Aber ich habe irgendwie auch so eine Sternstraße oder was es da oben ist. Da oben irgendwo. Ja, genau. Unterschiedlich, ne? Hat schon mal was. Ja. Ja. Oh nein, die kommen da nicht hoch. Oh nein, hoch. Oho. Miss, die kommen da nicht hoch. Ah, hier ist die eine, Mission da. Da muss ich hier äh, diesen Dings-Aufung, also die Alternative starten. Ja. Ja. Hm, wie komme ich da hoch? Zerfetzen. Du bist aber böse. Na gut, wenn die schmeckt. Ha. Okay. Okay. Tch. Klar. Das ist ja das Spiel irgendwann hinterher langweilig. Oh. 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 Oh, der Brenna zu koop wie zu. Ja. Ja, und dann muss kaufen. Ja. Dann ist es sinnlos, Regal Master. Hm. Man muss echt überlegen, ob man kaufen will oder spielen will. Also erspielen. Jetzt kommt der östliche Turm auch noch dran. Ja. 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 Auch schon eine ziemlich gute Beschäftigung. Hier soll irgendwo ein Händler sein. Echt? Sowas gibt? Okay. Haha. Ja. Alter, stirbt ihr blöden. Alter, stirbt ihr blöden. Ah. Hellbockkrieger. Hellbockkrieger. Ja. Achso. Ja. 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 Ja, Mann. Ja. 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 diese Bugs, ne? Ja. Hm, gute Frage. Ja. 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 Wir müssen die Gegner in diesem Gebiet auslöschen. Okay.